Aktion Kindertraum hat Herzenswünsche für unsere Kinder erfüllt und zwar für die Lotta, für die Lieke, für den Jasse, Nilo und den Tavin. Der Nilo ist vier Jahre alt, er hat das Down-Syndrom und vor einem Jahr haben wir den Tavi bekommen. Der Tavi hat ganz verengte Nasengänge und keine angelegten Nasenlöcher gehabt. Durch die Geburt von Tavi haben die Kinder sehr viel zurückstecken müssen. Die Situation, dass mein Mann und ich vier Monate am Stück eigentlich immer auf der Intensivstation im Wechsel gewesen sind bei Tavi und die Kinder andersweitig untergebracht werden mussten. Und das war sehr schwer für die Kinder. Durch die tollen Geschenke von Aktion Kindertraum konnten wir ihnen dadurch ein bisschen mehr Lebensfreude wiedergeben. Der Aufbau von dem Kletterturm heute war richtig, richtig toll. Wir haben endlich unseren Engel Carina Weiss kennengelernt. Es war richtig schön, alle kennenzulernen und das Aufbauen war super, super lustig. oder auch. Dank zu Aktion Kindertraum! Untertitelung. BR 2018